hey oder it's the crimex hier was geht der paul berger wir werden heute gemeinsam auf weird things caught on security cameras and cc tv reagieren also auf deutsch übersetzt auf ganz komische sachen die auf sicherheitskameras aufgenommen wurden ich bin sehr gespannt dass alles dabei ist das haben wir schon öfter gemacht auf solche clips reagiert und ja auch heute wieder lasst gerne ein like und ein abo da wenn ihr das ganze verhalten dann würde ich sagen let's go mit dem video okay dass ein ein räuber hat wollte ein oh mein gott der idiot oh mein gott der idiot ein e zigaretten laden was ein opfer oh mein gott was ein opfer der er verliert einfach seine pistole den clip kenne ich schon den kenne ich schon er hat es einfach gar nicht drauf ach du scheiße er hat leider gar nicht drauf ich hatte ja also das doch fake alter holy moly also das war ja das war zu viel dinge das war schon zu viel diskutieren wenn ein worker who happened to trip and hang from the side of his truck which couldn't lift himself up a car happened to pass by just in time a california driver endured what could be the quickest ever car wash after accidentally slamming down the gas pedal through the tunnel nine oh mein gott this dashcam car appear in front of this car just out of nowhere after many attempts of rewatching this clip it still doesn't make sense wo kommt das auto her a cargo train appears to cross seven lanes on the busy main road without a warning and the railroad tracks can barely be seen from afar hä 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 fährt da auf einmal ein zug boah ich würde da nicht warten ich würde mich noch so kurz vorbeischlingeln alter hä hä krass alter das einfach über so eine fette schnellstraße so ein zug dann vorbei ach den clip kenne ich den clip kenne ich er will die er zieht die probiert die kette mäßig an und versucht weg zu rennen oh idiotensohn okay ich hätte angst stellt euch mal vor an eurer tür ihr seht das an eurer kamera dass einfach ein random irgendein fremder typ einfach eine stunde nachts nachts um zwei eine stunde an eurer klingel rum legt okay being a delivery driver can sometimes be really hard a random person stole the fedex truck while the package was being delivered hey bro das kannst du keinem erzählen kriegt einfach sein ding geklaut a woman was convicted for insurance fraud after hitting herself on the head with the sprinklers that simply fell on her desk her Der Elefant räumt einfach auf. Ehrenelefant. Wenn dieses Dashcam nicht installiert wurde, dieser Fahrer hätte nicht den größten Meteor überprüfen können. Was ist das? Er hat immer ein fetter Meteorit reingekleppt, alter. Krass, ey. Was ist das, ein Elch oder was? Oh, 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 oh. Der Arme. Einfach mal, wenn ein Elch über die Straße rennt. Eine Frau kenne ich auch. Sie läuft halt dreimal gegen die Straße. Also die ist halt wirklich ganz, ganz, ganz verloren, Leute. Die ist ganz, ganz verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist sie dumm. Dimmster Mensch. Du weißt. Okay, also die Frau klaut von einer alten Frau was aus einem Einkaufswagen. Aber es macht doch gar keinen Sinn aus einem Einkaufswagen was zu nehmen. Sie muss ja trotzdem noch bezahlen, wenn sie rauskommt. Ja. Oh mein Gott. Es macht gar nicht mehr viel Spaß. Es macht gar keine dritte Leute. Ich war nicht mehr. Du? Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ich habe ein Typ. Ich bin ja genau, das ist ein Typ. Ich bin ja genau. Ich bin ja genau, das ist ein Typ. Ein Typ bekommt ein Typ. Instant Kamu. Alter, überleg dir so. Du gehst in deinem Wohnzimmer und auf einmal ist da so ein Schwarzbär. So ein Grizzly oder keine Ahnung was das ist. Krass, ne? Boah, heftig. Ich überlege mir gerade, wenn ich so im Pool chill und dann auf einmal so Erdbeben kommt, ey. Ja, ähm, meine Freunde. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe natürlich immer, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Oder rein, Leute. Euer Kremi. Das ist Super. Bis zum nächsten Mal.